Jo moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Spieltag der französischen Ligue 1 Saison 2023-2024 Predictions. Los geht's, alle Spieler, live auf der Saison. Gestern um 21 Uhr. UGC Netza spielt gegen USC Lille. 2 zu 2 ist entschieden. Das Ganze ging 1 zu 1 aus. Dann heute, die spielen gerade um 17 Uhr. Olympic Marseille und da liegt Stad Rennes. Stad Rheims mit 1 zu 3. Da steht 1 zu 1. Dann um 21 Uhr Paris Saint-Germain schlägt FC Lurion mit 2 zu 0. Um 13 Uhr. Dann morgen. Und morgen um 13 Uhr. Stad Brest 29. Und RSC Lenz Lors spielen 1 zu 1. Unentschieden. Dann um 15 Uhr. Clemore Montfood unterliegt ASS Monaco mit 0 zu 4. FC Nantes unterliegt FC Toulouse 2 zu 4. HFC Montpellier gewinnt gegen Havre AC AC mit 2 zu 1. Um 17 Uhr 5. Stad Rennes schlägt FC Metz mit 1 zu 0. Und um 16 Uhr 45. Der Racing Club aus Straßburg gegen Olympique Lyon. Das Ganze geht 2 zu 1 aus für den Racing Club Straßburg. So. Herzlichen Glückwunsch. So. Da fast vom ersten Spieltag der französischen 1. Liga der Ligue 1. Saison 23, 24, 24. So. Lassen Leute. Lassen. Aber gut geht. Ciao.